So, liebe Leute, meine Weinprinzessin und ich haben jetzt gerade unser Kind aus der Schule abgeholt und heute haben sie nichts auf, außer Leseübungen. Das müssen sie machen. Das hier? Ne, das haben sie ja schon gemacht. Was ist denn noch? Keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Oh, da fehlt ein Stift. Oh, da fehlt ein Stift. Ach, herrje. Und nun? Da muss ich von neu kaufen. Stiftverbrauch ist extrem hoch. Hier ist er. Ach, da ist er. Kommando zurück, hat sich alles wieder angekunden. Du spitzst heute Stift an? Du spitz heute Stift an. Ich spitz jetzt den Rasen an. Ja? Okay. Bis später. Stift. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017